So. Wie ging das nochmal? Ja, dass ich um die runtergespreche. Was? Ne, das war das eine, wo es nicht geklappt hat. Hey, so geht es ja auch. Idiot. Hilfe, es geht doch nicht. Was war das? Lava. So, geschmolzene Lava. Hey, ich habe eine Idee. Vince und ich. Und du nimmst jetzt die Leiter. Ich möchte mich nicht schütten. Das ist der Scheiße. Ja. Wir müssen beide dahin. Sonst kommt der Scheiß Gegner nicht hin. Wir müssen die Kugel heilen. Haben wir doch gut. Ich minste der Scheiß. Wie? So. Äh! Wie soll die dich noch? Ah! Welches Arschloch war das? Weiß ich nicht. Ha! Meine Anzeige ist wieder hier. Echt 8 Schritte. Meines auch so. Okay, die war voll schnell. Brauchst du Muni? Wenn ja, hier ist welche. Ich brauche auch keine Lichtspeer ausrüsten. Hi! Ähm. Wollen wir nicht die Kugel heilen? Haben wir schon. Ach nee. Hat Thorntel jetzt wirklich Ha! gemacht? Nein, sorry. Was ich so angehört. Naja, hat er leider nicht. Wäre irgendwie gesichert. So hin. Ich glaube, der war hier. Ah, ja. Okay. Lieber nicht, weil ich jetzt nicht weiterkomme. Ich schütze mich mit meinem Schild. Leider nicht funktioniert. Wieso? 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 Ja. Ähm. 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 Was zum... Das würde ich mir helfen. Ich tue mal eben nachher. Darf ich? Ja. Ah, ich schluss. Du auch. Ups. Ha? Hm. Wie besser runter gehen würdest? Ja, mach mal. Komm. Mach mal. Okay. Ja. 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 Ja.